Ich finde es wirklich noch nicht. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass hier in dieser Bahn der vierten Stock, dass dort offenbar eine Person gekommen ist, die Geld verlangt hat. Und dann wurde es an allem ausgelöst. Die Polizei ist gekommen und es ist unklar, wo die Person ist. Und darum hat man da alles gross abgesperrt. Mehr weiss wirklich vom Meld noch nicht.